Musik Glaubt irgendeiner, nur weil diese unverantwortliche Bundesregierung versucht, einen Schutzzaun zu bauen, einen Schutzzaun zu bauen, um unsere Autoindustrie, dass Tesla plötzlich aufhört, Autos zu produzieren. Jetzt kommt der Hofleiter immer mit seiner tollen Story von Tesla. Jetzt erzählt er jetzt überall. Jetzt überlegt ihr mal, es fahren 5 Millionen Elektroauf. Wo kann die die? Jetzt erzählt er, da wird ein Tank und aus dem Sackwort ein, was wir machen. Jetzt nehmen wir mal die ganz normale Tankstelle, die wir hier heute haben. Wir haben eine große Tankstelle für einen 10-Aufus-Pöhnter-Tank. So, jetzt dauert es aber bald 20 Minuten. Und jetzt, wie soll das funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Aber die Leute sagen, ab 20, 30 kann man das alles machen. Das ist doch Schwachsinnsterminie. Wenn mich einer fragt, erklärt sie mir mal, wie sie das machen zu dem Kamin ist. Das kann ich nicht alles ansprechen. Wie kann man denn so ein Zeug ausmachen? Ich weiß es nicht, vielleicht wird es sogar in einer Zeit die Ahnung. Aber wir müssen uns doch umführen. Und kümmern, dass es überhaupt funktioniert. Und nicht gerade gar nicht. Ihr könnt es machen, macht es. Es ist mir egal. Dann seid aber mit 6% oder 8% einfach zufrieden. Ich war im Parteirat, habe ich 10 Mal gesagt, Kultoffer ist okay, könnt ihr so wissen. Seid mit 8% zufrieden. Dann jammert nicht rum und lasst mich in Ruhe. Und macht euren Wahlkampf selber. Und ihr habt immer nur irgendwas im Kopf, ohne dass er mal den Gesamtlos ist. Könnt ihr auch machen, aber ich als Ministerpräsidenten mag es. Ja, Winfried, die unterschiedlichen Rollen sind mir völlig klar. Fraktion, Bundestag, bedienen unser eigenes Klientel und versuchen das zu größern. Wir haben es geschafft, dass wir bei der Verdichtung des Programms oder Zusammenfassung im Prinzip alles, was Rang und Namen hat in der Partei hinter uns versammeln konnten. Von Winfried Kretschmann, unser Ministerpräsident in Baden-Württemberg, über Tadek Al-Wazir, Robert Habeck, Claudia Roth bis zu Jürgen Trittin. Alle unterstützen das. Das zeigt, die Grünen sind einig und wissen, was sie wollen.